Bleibt also auf der Innenseite stehen, kann sich dadurch in die führende Position hineinfahren, die ersten kleineren Teile gehen da schon von dem Fahrzeug weg. Die Freie hat also in der Mitte im Boden verloren. Brandocher versuchte sich dort an dem Davorfahren... ... 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